Ich feier das gerade nicht. Super. Ich bin schon wieder 10 Minuten an diesem Level fest hier. Vor allem weil ich dich auch noch einhole gerade, oder wie? Ja, das Level ist ein nervig. Ich hasse die Fässer. Oh, armes Tuff Tuff. Machst du Puff Puff? Aus irgendeinem Grund kriege ich gerade Hunger. Weil ich ganz nett von Keksen rede. Nein, ich habe vorher schon gegessen, aber irgendwie kriege ich schon wieder Hunger. Der Sack. Hm, keine Ahnung warum. Oh, ein Schuss. Das. Das meint ich, das nervt Zyndus. Wenn ich sag Schuss, dann musst du auch schießen. Dann passt das meistens. Der werft, der werft. Ist mir egal, was der wirft. Bananen und so. Ich kann das nicht timen. Ich kann das auf... Das geht dir nicht. Das ist zum Kotzen, dieses Level. Kotzwöck. Bis zum Kotzen. Boah. Bäh. 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 ab nein ich bin tot hat die frische ich finde das so toll ich auch nein ich will nicht mit der kursche weg ist er jetzt kommt die Bananas Fässchen Bananas und Pyjamas ist lustig anzusehen oder so machte das das denn gehen das ist zu kotzen dieses spiel das regt mich auf das denn gehen ja es sind manche stellen die sind so knifflig da musst du einfach gucken wie das geht den Arsch gefickt Arsch gefickt was die behindert ist das denn gewesen fick dich wo habe ich gesagt ich habe gesagt verpies dich und schön am fuß getroffen ja oh die meint man ey leck mich ich habe bei diesem Ding noch nicht mal ein safe 5 oder 5 leben kommst mit 20 in diesem Ding rein ok heb 6 du hattest doch gesaved als ich geschafft hatte ne ja klar ok ich save immer wenn jeder Level schafft ja das Maul hm Maul ich frag es gar nicht hey was war das denn ich kann drücken an dem wann ich will nein man muss ja immer noch ein Stückchen weiter gehen ich bin doch verarschen das spiel warum tausche ich eigentlich nicht sonst mir das mal verraten weil ich doof bin ne jetzt vielleicht erst doch loschen sollen weil der vielleicht noch stirbt vor er und sie ja aber sie ist doch besser hier in dem Level hm ne ist nicht gesagt finde ich aber bam du hast doch diese Verzögerung mit dem Fliegen immer erben du brauch ja nicht fliegen ja mir doch egal nein warum springe ich denn ja war er hier an dem Teil ist doch kacke ne ok kass auf jetzt wird das Schwert richtig aktiv nein warum mach ich das schwebt in dir ja das ist jetzt grad so so ne Fail Folge oder Fail Folgen ja ich will sagen wohl davor hab ich ja geschafft das Level in diesem Part oder in dem letzten Part oder und diesen noch hm ich glaub in diesen irgendwie so ich will ich das bis zum Sale schaffen wäre kein Problem aber irgendwie wills nicht er mag dich nicht irgendwie ne das Spiel mag mich nicht singt ja auch so frittes Spiel frittes vielleicht stinkt er top top die wette geht eigentlich skotzen ich gröss kotzen tralala dann fang doch an zu kotzen dann fang doch an zu kotzen du 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 musst du einen nach dem anderen nehmen das geht ja ja ich merke dass das geht aber trotzdem kacke bam hast du das gesehen ja das ist ein Bug das war Glück das war Pech weil ich gestorben bin das war wiederum Pech aber davor dass du dran gekommen bist war noch Glück wirst du es ja noch vielleicht noch schaffen können ne so meine Diagnose liegt 99,900 prozent daneben zu schießen hm 99,900 prozent daneben zu schießen bei dir ja ja merkst du ne die holt nur in die Mitte ich wollte nicht die scheiß Bananen nein man muss ja beides links und rechts treffen aber du musstest ja auch gleich drücken hm was war das? ok mit Nasenspitzen an dem Ding dran hallo ich hab's gesehen den hab ich gerade gefragt was war denn das fail war das ja bei mir war die Tonne wieder verpackt eben die oben die Tonne ist verpackt bei mir ja select mhm hab ich auch gemerkt bei mir selects gerade sie sah die so zahl sah die Tonne auch so zerstaus pixie störung alter leckt das gerade die ganze zeit ja ich merk's er wechselt auch nicht mal den sprite doch jetzt macht er ja aber leckt ordentlich hallo spiel kannst du mal bitte fangen ey das hat mir gerade einfach mein Leben gekostet schweineding ja ich hab's gemerkt fick dich fick dich hab ich gesagt hau uns eine rüber fick dich Schwert fick dich Schwert fick dich Schwert fick dich Schwert weil sie zieht sich irgendwo dran was wo's am schnellsten noch geht ja ich weiß man hätte eigentlich noch weiter fliegen können mit dem buggy 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 kuchen buggy kuchen lass mich in ruhe habe ich gesagt ich weiß warum warum springe ich so früh kannst mir das mal verraten warum nicht ja bei ihnen ist das so blöd er hält die vorne und die ganze gegenspringen ja tröste dich nicht mit der neue folge und die letzte folge war voll der reinste fail bei mir bei dir aber auch die letzten drei vier folgen sagen ich nur letzte ja ich weiß nicht warum ich bei diesem level abkacke meine armen insbesondere wieder leckt ja oh nein saubfässchen alter 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 wo kam der denn mehr von hinten bananenjo jetzt kommt wieder die scheiß stelle ich kapiere es nicht ich könnte jetzt einfach riskant einfach rüberfliegen aber da würde ich glaube ja schaffe ich nicht das ist doch zum kotzen ach komm, lüg nicht wow wir haben es geschafft jetzt stürze ich immer dauerhaft